Liebe Studierenden, ich möchte Ihnen heute noch ein paar Tipps zur Entwicklung eines Fragebogens mitgeben, insbesondere dann, wenn es sich um wissenschaftliche Arbeiten handelt. Und zwar möchte ich Ihnen heute zeigen, wie Sie Fragen und Antworten für wissenschaftliche Arbeiten, beispielsweise Bachelor- oder Masterarbeiten, aus der Literatur heraus recherchieren können. Am Ende der E-Lecture werden Sie in der Lage sein, die Definition eines Konstruktes, ein Modell zu einem Konstrukt und die dazugehörigen Items, das sind die Fragen und Antworten für Ihren Fragebogen, in der Literatur zu recherchieren. Zunächst möchte ich einmal noch mal auf den Prozess der Fragebogengestaltung eingehen. Und zwar haben wir hier die ersten fünf Schritte, die heute für uns wichtig sind. Alle Schritte habe ich schon an einer anderen Stelle schon mal erläutert. Am Anfang, als ersten Schritt, müssen Sie immer die Informationen definieren, die Sie suchen. Das heißt, für Ihr Konstrukt sollten Sie einmal die Definition heraussuchen aus der Literatur. Danach müssen Sie in Schritt zwei, drei, vier und fünf die Art der Frage, Inhalt der Frage, Antwort für jede Frage und den Wortlaut bestimmen. Das sind dann die sogenannten Items, beziehungsweise die Skalen, die Sie aus der Literatur heraussuchen sollten. Denn die gewährleisten Ihnen, dass Ihre Fragen und Antworten nachher auch reliabel und valide sind. Das ist ganz wichtig, da Sie nachher auch verlässliche Messungen haben möchten und valide Messungen. Das heißt, Sie möchten auch tatsächlich das messen, was Sie messen wollten. Daher ganz wichtig, das aus der Literatur zu recherchieren. Das hört sich jetzt alles ganz schwierig an, ist es aber nicht. Ich mache das mal an einem Beispiel klar. Und zwar geht es heute um die Adoption von verschiedenen Zukunftstechnologien im stationären Einzelhandel. Der Begriff Adoption, der ist ja nicht einfach, der ist sehr vielschichtig und kann auch nicht mit einer Frage allein gemessen werden. Zum Beispiel können Sie sich nicht vorstellen, ja, oder Sie können sich schon vorstellen, die Probanden zu fragen, wie sieht es eigentlich mit der Adoption mit einem gewissen neuen Produkt aus. Dann sind die Antworten, ja, die können Sie eigentlich vergessen, weil der Befragte gar nicht weiß, was er dazu sagen soll, weil er das Wort nicht kennt. Das heißt, Sie müssen das einmal definieren. Da das Wort, der Begriff Adoption mehrdeutig ist, würde ich empfehlen, in die Lehrbuchliteratur insbesondere zum Marketing zu schauen. Ich wechsle jetzt einmal in die Bibliothek der Hochschule Ruwest und kann hier unter Katalog Plus zum Beispiel ein Standardwerk wie zum Beispiel den Meffat eingeben, die Suche starten und habe dann hier ein Grundlagenbuch, das ist Prima, das ist genau das, was ich suchte, zum Marketing und habe das Glück, dass das auch als elektronische Ressource verfügbar ist. Und zwar kann ich hier das Buch anklicken und dann sehe ich hier den Volltextzugriff, da klicke ich einmal drauf und habe hier das Buch Marketing, Grundlagenmarktorientierter Unternehmensführung von MedFat und anderen. Dann habe ich das Glück, ich kann in dem Buch suchen, ich gebe jetzt den Begriff der Adoption einmal ein und im Marketing-Mix, das macht auch Sinn, dass es hier um Adoption geht, scheint dieser Begriff eben genannt zu werden, zum Beispiel wenn es um Neuentwicklung geht von Produkten, das ist eben Teil des Marketing-Mixes, deshalb schaue ich hier mir das einmal genauer an, ich downlaude mal das PDF und kann jetzt hier, ich mache das noch ein bisschen kleiner, wenn ich wieder STRG-F drücke, nochmal den Begriff der Adoption eingeben und sehe dann hier, dass hier eine Begriffsdefinition erfolgt, die uns jetzt aber erstmal nicht weiter kümmert. Wichtig ist, dass dieser Begriff auf die Adoptionsforschung zurückgeht, insbesondere auf Rogers 1962. Da habe ich jetzt die Ursprungsquelle gefunden, Rogers 62, jetzt schaue ich nochmal, ich gebe das mal in der Suche ein, wie denn die Quelle heißt und hier habe ich die Quelle und zwar heißt die Diffusion of Innovations, das ist ein Buch, in mehreren Auflagen schon erschienen, das heißt, das ist jetzt wichtig, dass Sie an dieses Buch herankommen. Am besten wäre es, in die Bibliothek zu gehen und sich das Buch zu holen, um mal genau reinzuschauen. Wenn man faul ist, kann man auch erstmal schauen, ob man das über Google Scholar oder Google Books bekommt. Ich gebe das mal ein, Rogers Diffusion of Innovation und dann habe ich auch hier schon das Buch über Google Books und sehe hier jetzt, wenn ich mal hier drauf klicke, ich weiter runtergehe, das ist die Auflage von 1995. Das müsste die vierte, genau, Fourth Edition sein. Das heißt, wir sind jetzt in der vierten Auflage des Buches und suchen hier nochmal nach dem Begriff der Adoption und sortieren einmal nach Seiten. Die Definitionen sind meistens am Anfang zu finden von Büchern oder Werken und wenn ich jetzt mal weiter runtergehe auf Seite 21, finde ich hier die Stelle der Begriffsdefinition und zwar lautet die, the innovation decision process can lead to either adoption, jetzt kommt die Definition, a decision to make full use of an innovation as the best cause of action available. Das habe ich gemacht, ich gehe mal in meine Präsentation zurück und die Definition lautet jetzt eben, the decision to make full use of an innovation as the best cause of action available. Das heißt, man möchte diese neue Innovation tatsächlich auch nutzen. Wichtig ist die die Angabe der Quelle von 90 Seite 21 und als direktes Zitat eben direkt eins zu eins übernommen in Anführungsstrichen. Jetzt ist es aber auch wichtig für uns zu wissen, ja wie entsteht eigentlich Adoption, das heißt, was sind eigentlich die Faktoren, die dazu führt, dass ein Produkt tatsächlich genutzt wird. Da gehe ich nochmal zurück zu Rogers und zwar hat er das unter den Begriff Attributes recherchiert und wenn wir hier einmal auf Seite 208 gehen, dann sehen wir hier fünf Attribute, das heißt fünf Faktoren, die nachher auch tatsächlich zur Adoption führen sollen, wie zum Beispiel Relative Advantage, Compatibility, Complexibility, Triability und Observability. Das können Sie natürlich auch gerne nochmal auf Deutsch übersetzen. Ich gehe nochmal zurück in meine Präsentation und diese Zusammenhänge im Rahmen eines Modells sollten Sie auch nochmal am besten grafisch zusammenfassen. Ich habe das mal getan. Das ist ein sogenanntes Kausalmodell, weil hier eben kausale Strukturen, Ursache-Wirkungsstrukturen analysiert werden. Wir haben hier einmal das Ziel der Untersuchung, die abhängige Variable, das ist die Adoption als Konstrukt. Aber auf der linken Seite habe ich weitere Konstrukte, die immer so als Bubble dargestellt werden, die auch nicht einfach zu messen sind. Das sind diese fünf, die wir von Rogers kennen. Dann haben wir das Modell und daraus ergeben sich auch gleichzeitig unsere Hypothesen. Je höher der wahrgenommene relative Vorteil ist, desto höher ist die Adoption oder größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Innovation auch schätzlich vom Netzer genutzt wird. Um jetzt Adoption als Konstrukt zu messen, brauche ich ein Messinstrument. Das sind Skalen oder aufgebrochen dann in einzelne Items. Zwar als Konstrukt könnte hier links oben drüber stehen, zum Beispiel die Adoption. Und das wird aufgebrochen in verschiedene Items. Das sind Aussagen zu diesem Konstrukt. Man versucht hier die einzelnen Facetten dieses Begriffes, dieses Phänomens abzugreifen, indem man es aufbricht. Entschuldigung. Das wollen wir nun auch noch einmal recherchieren. Und sage ich dazu noch mal zurück in meinen Browser. Und zwar in Google Scholar. Und überlege jetzt, wie kann man denn Adoption of Innovation? Wie kann das messen? Und da würde ich Ihnen empfehlen, immer den englischen Begriff einzugeben und dann mal Measurement oder Measurement Scales einzugeben. Und da finden Sie an erster Stelle einen Artikel von Moore und Ben Bissett aus dem Jahr 1991, erschien in Information Systems Research. Man sollte darauf achten, dass die Quelle aus dem BWL-Bereich kommt am besten. Aber die Adoptionsforschung hat auch eine gute Tradition in der Informatik, in der Wirtschaftsinformatik. Von daher ist es eventuell auch hilfreich. Zitiert von 8.781 Artikeln. Das heißt, das ist schon eine sehr, sehr gute Zahl. Das heißt, hier haben Sie eine ganz gute Quelle, die auch tatsächlich häufig zitiert wurde. Wir können uns den Artikel auch einmal runterladen. Und hier einmal reinschauen. Und zwar, wenn wir weiter runter scrollen, finden wir die einzelnen Attribute oder Einflussfaktoren auf die Adoption. Sie sehen auch hier, die Messung ist in der Tradition von Rogers erfolgt. Das heißt, Sie sollten immer darauf achten, dass Definitionen und Messungen nachher auch im Einklang sind. Hier sehen wir die einzelnen Attribute nochmal nett definiert. Aber was für uns auch ganz wichtig ist, wenn wir an das Ende scrollen in den Appendix oder Anhang, dann haben wir bei vielen Forschungsartikeln auch immer, hier haben wir sie, die einzelnen Items, ich mache es nochmal ein bisschen größer, mit den Konstrukten. Wir sehen hier kursiv die einzelnen Konstrukte und wir sehen in kursiv hier zunächst Relative Advantage. Das ist auch eines der Konstrukte von Rogers gewesen. Und zu dem Konstrukt die einzelnen Aussagen, zum Beispiel, using a PWS enables me to accomplish tasks more quickly. PWS ist hier jetzt die Innovation. Und die kann man dann nehmen, um die in seinen Fragebogen einzubauen. Man kann auch nochmal weiter runter scrollen, sind noch mehrere da. Hier gibt es auch nochmal Notes dazu. Aber was auch nochmal wichtig ist, Moe und Benverset haben ihre Forschung ein bisschen angepasst, haben zum Beispiel auch Ease of Use mit reingenommen. Ease of Use ist eine Variable, ein Konstrukt aus dem Technology Acceptance Model von Davis 1989 und haben da auch ein bisschen stibitzt, um sich dann ja ihr eigenes Modell zusammenzubasteln. Für sie ist immer wichtig zu überlegen, was brauche ich jetzt für meine Forschung tatsächlich. Sollten das auch nochmal gut auswählen, welche Konstrukte, welche Variablen sie mit reinnehmen, das am besten auch nochmal mit Experten spiegeln. Aber dass zum Beispiel ein gutes Paper, das sie nehmen können, um ihre Items zusammenzusuchen. Würde ich mir auch immer mal eine Liste machen, damit man nicht den Überblick verliert. Man sucht sich dann die Items raus zu dem Konstrukt, die auch schon mal getestet worden sind. Diese Items zusammen, das müssen jetzt nicht hier fünf sein, es können auch mehr sein, es können auch weniger sein, können ein, zwei, drei Items sein. Die heißen dann zusammengenommen Item Batterie. Und wie gesagt, das ist ganz wichtig, dass sie das aus der Literatur übernehmen, weil dann können sie sicher gehen, dass ihre Skalen, ihre Messungen dann auch reliable und valide sind. Um das zu festzustellen, um so eine eigene Item Batterie zu konstruieren, selber zu machen. Dafür brauchen sie schon sehr viel Zeit und das ist meistens nur in Doktorarbeiten möglich, nicht aber in Bachelor- oder Masterarbeiten. Das war mir nochmal ein ganz wichtiges Anliegen. Für wissenschaftliche Arbeiten bitte Definition und Messung immer aus der Literatur heraussuchen, recherchieren. Und ich danke jetzt an dieser Stelle für ihre Aufmerksamkeit und freue mich über viele Kommentare und gegebenenfalls auch Fragen. Vielen Dank.